Meine Kollegin versucht gerade, mich zum Lachen zu bringen durch Wachwitze, durch Flachwitze. Ich bin mal gespannt. Bereit? Worin eine Katze am liebsten? Im Mietshaus. Wie nennt man einen Panickel im Fitnessstudio? Bumpernickel. Wovon träumt eine Katze nachts? Von einem Muskelkater. Wie nennt man einen Gefin mit Unterfosen? Slipper. Wie geht es so an? Scheiße, ziehe auf, Flachwitze. Ist halt nicht so. Leute, wir sind übrigens alle negativ auf Corona getestet. Also. Das reicht mir schon. Challenge hat nicht funktioniert. Ich habe jeden gekannt. Schade.